Phantom, das ist links, nicht weg. Die Markierung war weg. Okay. Stimmt. Ne doch, da ist sie wieder. 15 Grad und du, was? Du holst rum. 15 Grad, 15 Grad ist perfekt. 15 bis 20 Grad ist das perfekte Wetter. Ist von hinten im Südwesten bei dem kleinen Dorf, gehen viele runter. Du bist ein bisschen weg von uns, ne? Ich bin ein bisschen weiter, ja. Aber hier ist keiner gelandet in der Nähe. Ich meine, dass da einer irgendwo gelandet wäre. So ein Typ, der vorher vor mir war. Aber vielleicht ist auch woanders hin. Zusammen drei Land. Zusammen looten. Von wem hört man denn da manchmal die Tastatur? Hand in Hand. Das ist der Quantum. Aha, siehste, das war bei TeamSpeak nicht. Wer weiß. Aha. Da konnte man seine Sensibilität zu hoch. Welche Sensibilität? Ich hab keine. Quantum ist nicht sensibel. Der Spoon ist sehr sensibel. Hast du mich gerade beleidigt? Ne, das war einfach nur... Ich hab's wiederholt, was du jetzt gesagt hast. Hey, mach dem keine Angst im Spoon, Mann. Der ist noch jünger. Der versteht das nicht. Kannst du dir noch nicht... Als so ein erwachsener Mann kannst du mir noch keine Angst machen. Quantum hat Regeln wieder die Runde. Ach, du bist satt hier. Oh. Deine Steps... Deine Steps... Deine Steps waren versetzt. Hast du eine Waffe? Ja, eine Uzi. Also... Also nein. Mir ist noch ein Zweier, wenn den einer braucht. Hab einen. Bist du eine AK mit 30 Schuss? Hey, hier vorne... Achso, du warst da links schon, ne? Im Westen von uns hier, ne? Hey, Rudi, danke. Vorne links war ich schon, ja. Brauche ich hier mal eine Dreierweste? Dreierweste? Ja. Ja, du auch? Ich hab keine, aber ich bräuchte dann auch eine. Ey, darf ich dich mal anschießen? Guck mal, Quantum hat sogar schon eine Dreierweste. Ich hab eine. Was? Lass mal die Hälfte runterschießen, dann ist das fair. Nehmt euch auch eine Smoke mit. Das ist ja nur die Durability. Okay. Ja, aber die Level 3... Ja, aber dann schützt sie nicht mehr so oft und dann kommt das aufs selbe hinaus. Okay, ich habe 0, 0, 0, 2. Das interessiert mich nicht. Ja, dann gib mal einen. Weil ich hab von allem 0. Okay. Ja, blöd, ne? Hättest du mir nicht gesagt. Ist doch okay. Ich bin ein T-Player. Achso. Ich droppe gern. Cup of Pride and drop gern. Wow. Ey, warte mal, da sind Spieler vor uns, siehste. Die rennen auch nach Gatka. Übers Feld. Mhm. Ja. 2, 3. Glaub, die haben nichts. Oh, oh, Leute. Oh, oh, Leute. Russian einfach? Doch, die haben auch einen SMG. Ja. Der eine hat einen SMG in der Hand. Der läuft mit einem Arm hoch. Sollen wir uns einfach hinten an Gatka positionieren oder so'n Scheiß? Mhm. Taktisch wegholen. Wenn er jetzt auf das Dach geht, haben wir ein Problem, ne? Dann ist blöd, ja. Also, ich hab ne Waffe, da könnte ich drauf schießen, M16. Hauptsache, die sehen uns nicht. Naja, ich glaub nicht. Also, vielleicht haben wir Glück. Ich würde gerne wieder auf mein Dach gehen, weißt du? Okay. Diese Ekelhafte da oben, wo man so drauf liegen kann. Aber da komm ich bestimmt nicht hoch, weil die das sehen, wie ich da hinten war. Wo sollen wir denn, wie sollen wir das denn jetzt machen? Wo sollen wir denn jetzt ran? Ich würde im Haus warten. In diesem hier? Jetzt, solange hier das Flugzeug kommt ins Haus. Aber der Vordereingang ist voll offen. Der Vordereingang ist voll offen. Ja, warte. Der hat uns schon gesehen. Ja. Und hat uns schon gesehen. Um auf dem Dach auch. Ja, oben auf dem Dach. Okay, warte, dann geh ich nach hinten hin. Ich schau rechte Seite. Oben auf dem Dach hat kein Helm mehr. Sehr gut. Okay, ich schau den auf dem Dach. So, ich versuche noch auf meine Fuckboyhütte zu kommen, dann kann ich euch gut Deckung geben. Aber falls ich down gehe, müsst ihr... Oh nein, der ist bei mir. Links hier vorne bei mir ist einer. Okay. Aber weiter weg. Ne, brauchst nicht kommen. Der ist wieder zurückgegangen auch. Es waren glaube ich drei... Drei... Ja, ja. Einer ist noch in einem gelben Haus. Guckt gerade auf mich. Also ich habe die linke Seite... Oh. Hat mich ausgenockt. Na, kommt gleich zu mir. Ja. Sag Bescheid. Warte, hier will einer rushen. Ich versuche den aber zu killen, ja. Aber der hat mich gesehen. Scheiße. Ne, doch nicht. Der hat mich nicht gesehen. Warte, ich kann ihn töten. Der ist tot. Der hat den Dreierhelm. Zweiter ist auch hier links. Der hat mich auch gesehen. Der zielt auf mich. Oh, ich muss mir gleich sein Dreierhelm besorgen. Aber ich glaube der Dreierhelm ist jetzt auch ein bisschen im Arsch. Der wirft eine Nade zu mir. Oh, ich bin so blind. Der hat eine Blindgranate geworfen. Oh, ich glaube der hat fast nichts mehr. Er hat nur eine Shotgun. Oh. Ich habe ihn viermal gehittet. Oder dreimal. Soviel kann er nichts mehr haben. Kann er nichts mehr haben? Ich ja. Ich hatte die ganze Seite rechts hier. Ah, okay. Falls er noch flankieren will. Ja, der heilt sich bestimmt. Schade. Ich bin dreimal erwischt. Aber die UC ist halt auch scheiße für den Fernkampf. Und ich habe nur noch 14 Schuss jetzt leider. Habt ihr noch 9mm oder so? Nope. Oh, die 14 Schuss sind in den 0,2 Sekunden leer. Ich kann eine an der AK mit 30 Schuss gehen. Brauchst du nicht? Aber das müsstest du halt her. Ne, ich habe noch die... Ich habe die vorhin schon gefragt. Ach so. Die 16, Arina. Ich habe nur so gehört. Also so im Sinne von... Ich habe eine. Einer schießt doch nicht. Einer schießt doch nicht. Ja, ne auf dem Dach nicht. Aber auf... Einer pusht jetzt rüber zu seinem Kumpel. Beide sind jetzt hinten beim Haus. Beim großen Haus sind beide. Ey, alles klar. Dann loot ich den anderen hier eben. Ja. Was war der, den ich erwischt habe? Kann man hier durchschießen, ey. Okay. Durchs Auto kann man nicht durchschießen. Geht nicht. Wie er versucht mich abzu... The friendly dance. So, alles klar. Ich nehme mal die ganzen Erweiterungen mit hier. Okay. OMP mit Muni. Jetzt bin ich wieder drauf. Wo sind sie? Beide da? Also ich glaube beide hinten bei dem Haus. Ich tue nochmal so, als würde ich pushen. Ja, der ist immer noch da. Einer in dem Haus drinnen. Zweite Etage. Also oben. Ich könnte halt links pushen. Aber das Problem ist damit nicht tot, wenn er mich down schießt. Weil ihr könnt mir da nicht helfen. Keine Granaten. Nix. Äh, ich habe eine Smoke. Wo willst du die Smoke haben? Ey, ihr könnt mir hier Deckung geben, ne? Warte, warte. Ich kann auch die Smoke machen. Hier. Smoke habe ich geworfen gleich. Warte. Müsste runter kommen. Ich hoffe mal, die hat es ungefähr ein bisschen getroffen. Ist die gut? Einer ist immer noch im Fenster. Der guckt. Der guckt zu mir. Guckt genau in meine Richtung. Der will mich abballern. Ja, wir müssen irgendwie das Haus rushen. Wenn wir den anderen töten, dann geht das. Aber ich weiß leider nicht, wo der andere ist. Kann ich den Klick verpassen, wenn ich gut bin? Und nur wenn er sich zeigt. Sind die ganz hinten bei dem Haus, oder wo? Ähm, ja, hinten. Das große, wo du auf dem Dach landen kannst. Ja, den rushen ist gefährlich, weil er noch einen zweiten hat, Schocki. Ähm. Theoretisch könnten wir zum Beispiel ich und Quantum den rushen. Jetzt ist meine Smoke weg. Wisst ihr, wo der andere ist? Nee, ne? Ihr habt den nicht noch gesehen, oder? Ich hab noch gar keinen gesehen. Von meiner... Von hier rechts sehe ich gar nichts. Ich lauf vor. Ich bin gleich am weißen Haus. Von hinten. Guckt noch keiner aus dem Fenster raus. Ich könnte jetzt theoretisch sogar ins weiße Haus dran rushen. Weil ich hab halt nur ne UMP und dann weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Mhm. Weiß nicht, Chef. Dann fragst du den falschen. Naja, am weißen Haus ist immer noch einer drin. Vielleicht sind die beide drin. Äh, der, der dich gesehen hat, Spoon, hat der den weißen Helm? Ähm. Also es war einer unten, der hatte ne weiße Jacke. Das war der Typ, der bei dir dran war. Und einer eben oben. Der hatte aber keinen Helm mehr. Den hab ich vorhin abgeschossen. Ja, dann sind die beide im Haus. Weil ich hab gerade einen mit dem weißen Helm im Haus gesehen. Ja, okay. Okay. Ich könnt dran... Ich push mal dran hier. Ich bin jetzt eigentlich schon drin im Haus. Ich push auch gleich mal ran. Baitet die? Ich hab gebaitet. Und 16. Keiner hier am Fenster, bis jetzt. Quantum, kannst du auch schon mal ins Haus rein gehen? Komm jetzt auch gleich. Ah! Hab ihn. Oh, der war in der Ecke. Und, neiner tot. Müsste nur noch der oben sein jetzt. Oh, der hat so potato. Oh, shit. Nice. Nice hat der potato. Ich hab mal oben die Fenster aufgeschossen. Ich seh den. Warte. Der hat ne Shotgun. Der hat ne Shotgun. Warte ganz kurz. Tot. Na gut. Oh, okay. Oh, ist der weggeflogen, der Typ. Ist der wegge... Logen. Hier sind noch Red Dots. Aber die haben auch nicht viel. Gut, dann gehen wir mal looten. Die haben die Häuser ja noch nicht durchgelootet. Also... Äh, die haben... Bist du die oben? Ja. Die oben ist super. Ich liebe die. Aha. Easy... Easy Squad Vibe. Easy Squad Vibe, Leute. Hab ich... Easy. Easy gemacht. Easy. Achso, Vengat, hier. Wir hatten übrigens für die Challenge uns ein bisschen was überlegt. Was für eine Challenge? Was haben wir überhaupt für eine Challenge? Ja, das mit den... Mit den Leaderboards. Die Wette. Wenn der Reset kommt, wer dann bis zum nächsten Reset Erster ist, der hat dann gewonnen. Und wir hatten... Oder die Idee kam dann sozusagen so auf, dass wir sagen, okay, der Erster geworden ist, dessen Name muss immer bei einem Sieg gesagt werden. Was? Also wenn die anderen beiden siegen... Aber nur wenn man wirklich Erster geworden ist, oder? Wir haben jetzt zwar... Genau. Wir haben jetzt zwar gewonnen, aber wir wissen beispielsweise, wenn du jetzt gewonnen hast, Vengat ist besser. Was sehr unwahrscheinlich ist, aber dass man das dann sagt. Beispielsweise. Also ja, das ist unwahr... Okay. Ja, weil das ist unwahrscheinlich, weil du halt nicht gewinnst. Ja. Stimmt. Ansonsten... Ähm... Ne. 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 Deine Community ist einfach schon an deinen Camp-Style gewöhnt, die ist schon abgehärtet. Komisch, warte mal, was habe ich gerade nochmal gemacht? Ach ja, ich habe ja gerade einen Squad gerusht und die alleine, ach ja, genau, das ist ja gerade passiert, ne? Ja, das ist auch okay. Wir wollen dir auch mal ein bisschen Action lassen. Also, Swoon, du warst so hinten an der Air-Caddy die ganze Zeit, am Auto, warst dann ausgenockt. Ja, ich habe gescoutet und ein bisschen getankt. Ja, ausgenockt. War halt der Bait. Genau, okay, ja, ich wollte nur nochmal sicher gehen. Ja, ich habe mir das sicher drauf eingereischt, dass wir ihn ja dann wiederbeleben, ne? Ja. Ja, ich wollte nur nochmal wissen, nur nochmal wissen, wie das genau war. Hier ist noch ein Holo unten, Leute. Nehmt euch das Holo. Außerdem, weißt du, weißt du warum die Leute dann auch gerne bei mir gucken? Zum Beispiel habe ich heute jemanden verkuppelt, den Christian, ne, Chris aus Gotha, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Den habe ich aus der Friendzone geholt, so. Der hat heute Nacht eine heiße Nacht mit seiner Freundin, die ihn nur als Freund geschätzt hat. Dank mir. Dank mir. Was? Weil ich der Wingman war. Ich habe ihn aus der Friendzone geholt. Mit einem Freund eine heiße Nacht? Ja. Du hast eine heiße Nacht mit deinem Freund? Was? Ja, der Spoon öfter. Christian aus Gotha, genau. Der mit Linchen jetzt. Also klar, Mauer, das ist die Taktik, um zu gewinnen. Campen. Campen, campen, campen. Ja, finde ich nicht. Man kann auch sagen, dass die Spoon rushen und so wie ich gerade und gewinnen, aber das ist halt nur meine Meinung. Guck mal, da ist ein Squad von links von uns. Töten. Ja, erstmal Deckung. Au. Wie die wird jetzt gebrauchen? Wer? Das ist... Sammeln. Wo sind die denn? Auf der Straße war einer. Die laufen jetzt gerade den Hügel hoch. Ach, hinten da, ja. Hat jemand Boost oder sowas? Einer. Irgendwas. Okay, gut. Ja, sie legt sich hin. Alles klar. Oh, keine Muni mehr. Keine Muni mehr. Und wir Potatoen trotzdem, man. Obwohl er sich hinlegt. Ich habe jetzt zwei Leute dreimal gehittet. Oh, ich habe keine Muni mehr. Was brauchst du denn? Die waren doch noch beim Haus, sind jetzt noch welche, oder? Nein, die sind hochgelaufen. Die sind von oben. Ich habe einen ausgenockt. Ich sehe keinen. Fällst du da eigentlich noch? Da können wir jetzt einsteigen. Ich will jetzt losfahren. Ich habe einen gekillt. Einer ist tot von denen. Ich habe nur eine Shotgun. Okay. Was brauchst du denn? Ich habe nur eine... Ja, 5 und 6er. Ja, ich kann dir 30 Schuss geben. Ich kann hier nur am Nahkampf was machen. Ah, 30 Schuss ist halt verschwendet. Und ich kann ja auch noch Shotgun machen hier. Äh, rechts von uns. Rechts von uns? Ja. Habt ihr mal einen Arsch? Dann gehe ich schon mal vor zu dem Heuballen. Ja, also ich schaue nach rechts gerade. Ja, wo ist denn der hin jetzt? Ich habe ihn leider auch nur kurz gesehen. Was war er jetzt? Hinten am Stein ist noch einer. Oh, hier ist ein Ate bei mir oder was? Am Stein ist ausgenockt. Das müsste der letzte sein. Waren nur drei. Stein ist ausgenockt. Welcher... Was für ein Stein? Oben am Berg? Welcher Stein denn? Auch ausgenockt. Der war einer vor mir. Stein oben am Berg. So. Sorry. Stein oben am Berg. Süden. 195. Das ist der letzte. Der letzte. Okay. Ich habe den Kill bekommen. Von dem Typ am Berg. Gut, ich fahre mal hoch. Also sind alle vor, ja. Wo gibt es denn hier noch Steine, Leute? Ja, ey. Guckt euch doch mal um. Da gibt es nur einen Stein. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, hier oben. Guck, hier oben ist der Stein. Weiß man auch genau, welcher Stein gemeint ist. Und dann fährt der Spoon erst mal alleine hoch, um sich das Loot zu holen. Siehst du? Typische Spoon-Taktik, ey. Ja, na, ihr lootet die unten und ich loote oben. Außerdem ist hier eine K und ihr wisst ja, wer die K spielen sollte. Von daher. Ähm, warte, warte, warte. Ich habe dich mit der K noch nie gewinnen sehen, Spoon. Was? Dann hast du heute, ja, du guckst ja auch nicht meine Streams, kein Wunder. Keiner guckt die. Hatte da keine Mad Kids? Hat irgendjemand was? Ja, ja. Spoon, das kannst du mir nicht vorhalten, weil keiner deine Streams guckt. Das ist unfair. Das ist nur für mich zum Geziehen. Wow. Wow. Ah, Wreckt. Meiner hatte die beste Wreck-Doll-Animation wenigstens. Du hast den Schalldämpfer? Ja, verdient gerade von dem, den ich getötet habe, genommen. Aha. Habt ihr den Typen, den ich... Wolltest du mir nicht ein Mad Kid kämen? Achso. Ja, hier. Hab ich nicht mehr. Ja, da oben am... Ja, da wo du bist, da habe ich jemanden gekillt. Ja, und den Typen, den ich gekillt habe, habt ihr den gelootet? Ich weiß nicht, wen du gekillt hast. Einen, der im Straßen lag. Ja, hier, genau. Hier lag so einer, den habe ich gekillt. Habt ihr jetzt eine Person gelootet oder zwei? Frage ich mal so. Ich habe eine. Ich brauche auch eine Person gelootet. Du fängst jetzt eine im Feld, hier du. Okay, dann geht's nochmal. Braucht jemand jetzt... Will jemand eine AKM? Oder Siebenermunition? Eine AKM ist doof. Ja, ich frage ihn nur, ob jemand weh. Wenn du es nicht willst, dann... Nee. Ah, sieht aus, als bräuchten wir mal ein paar neue Mods, oder, Vegas? Hm? Ah, hier. Okay. Ja. Das wurde da auch die Koordinaten sagen können. Das wäre einfacher gewesen. Aber sind hier nicht noch mehrere Leute gestorben als die? Nee, hier unten, den habe ich, aber da ist nur eine OMP. Will einer von euch eine? Ich hätte einen Schalldämpfer dafür, auch für die OMP. Ich habe eine schallgedämpfte OMP. Okay. Gut. Hier ist noch ein bisschen Zeug, wenn einer was braucht davon. Ich habe es einfach mal hier hingeworfen. Ähm, wie viel First Aid habt ihr? Mal so ein bisschen... Eure Zahlen, Leute, eure Zahlen. Ich habe nur ein First Aid, habe ich dem Quantum gegeben. Ein First Aid, keine Boosts. Ich habe auch keine Boosts. Okay, ein First Aid kann ich abgeben. Ja, hier ist ein dunkler Zweierhelm Quantum. Wirklich? Ja, Quantum. Ja, Achtet auf die... Okay. Das fällt auf. Und wie viel... Wärt Boosts, oder wärt keine Boosts? Keine Boosts. Keine Boosts. Beide keine. Keine Boosts, dann kommt her. Kommt her hier, ihr beiden. Ja, warte mal. Du lässt hier noch einen Autof liegen und eine gute Zweierweste. Was ist denn bei euch los? Guck mal, sagt der nicht mal Bescheid. Die Zweierweste war meine. Ich habe die Dreierweste genommen. Ja, dann sag doch Bescheid. Ich hatte eine kaputte Einer. So, das war dann der zweite Squad-Wipe. Raul. Black Force. Weil ich mehr FPS habe als du vielleicht. Aber es kann auch sein, dass das so eine technische Sache ist. Videos sehen meistens fissig aus. Weil sich Frames vermischen und so. Genau habe ich da keine Ahnung von der Technik. Der sagt mal an. Keiner hat einen Scope. Wir hatten jetzt wieder einen Viererscope und sagt nichts. Ich habe einen Viererscope. Ich habe einen Viererscope. Habt ihr beide einen Scope. Wie, du hast keins, Quante? Lass mich in den Mund. Da waren noch welche in den Kisten. Da war noch ein Achter-Scope. So ein Schick. Hast du das nicht mitgenommen, oder wie? Lass mich in den Mund. Ich brauche das nicht für die UMP. Oder was geht denn da drauf? Ja, nee. Leute, wohin? Sonst fahre ich jetzt im Kreis. Entscheide dich doch mal her. Ich bin der Fahrer. Ihr seid die Navigate. Ja, du bist der Fahrer. Der Fahrer muss sich entscheiden. Airdrop. Alles klar. Wir fahren zum Airdrop. Da ist jemand. Wo? Weiß ich nicht. Irgendwo wird jemand sein. Ohne Prozent. Nee, das war so ein Busch. Das war so ein Busch. Ich dachte, das wäre einer. Aber das war nur ein Busch. Okay, dann. Einer steigt aus und wir fahren weiter. Weiterfahren, ne? Tschüss. Ist schon gelootet. Ist aber eine M24 drin. Das ist gelootet. Nein, da ist auch die M24 drin. Die haben die nicht mitgenommen. Da ist eine M24 drin. Ist kein Witz. Ja, aber auch gar nicht. Glauben wir den nicht. Vengert. Irgendwann ist es schon ein bisschen peinlich. Ey, da ist halt eine M24 drin. Dann halt, nee, ich tue mir leid, ey. Ich will sie halt nicht haben, weil ich nicht nur Bruni habe. Hi, Devo. Ja, alles gut. Gut. Ich weiß, wir sind sicher in den Häusern da rechts. Wow. Hier rechts, oder wie? Guck mal, das ist neu. Ich bin gleich down. Ich bin gleich down. Ich fahre, ich fahre, ich fahre. Ich fahre jetzt weiter. Ich fahre jetzt weiter. Aha. Sollen wir jetzt zu den Häusern? Ne, das ist auch schon ein Auto dran. Okay, Leute. Dann müssen wir uns jetzt mal was aussuchen. Ja, hier. Wie, hier? Hier sind auch Leute. Hier sind überall Leute. Ja, hier in dieser Kuhle drin. Gut, dann halt mich hier. Hier. Hier ist zum Beispiel schön toll. Oh, Alter. Jetzt überfährt er noch die Quanten. Jetzt macht er wieder ein Park-Ding. Wieso fällt immer der Spoon umgekommen? Wo hast du denn das Auto gesehen? Dann können wir die rushen hier. Das ist an der hinteren linken Ecke gewesen, an diesem Garagenhaus. Da war ein UAZ-Rusher gerade. Ich höre gar nichts. Da waren die rushen. Der UAZ am linken Garagenhaus. Da kommen Spieler, 75, 75 an einem Baum. Am Stein. Die laufen ein bisschen weiter nach hinten, aber die werden bestimmt in unsere Richtung gleich kommen. Wir brauchen eine andere Deckung, Leute. Komm hier hinter. Die könnten Spieler sein. Genau da, wo wir jetzt hinlaufen. Müssen wir töten. Da steht auch der UAZ. Müssen wir halt töten. Seht ihr die Spieler? 75? An dem Heuberg? Ja, ja. Da läuft einer. Aber ich schieße noch nicht, oder? Soll mir schießen? Womit, einen kannst du töten vorher. Der vorrennt. Habt ihr die Stops? Eine Etappe? Ich sehe den leider nicht. Ich hab den nochmal gehittert. Einer ist an der Straße. Einer läuft rechts. Ich schaue noch hinten, weil ich keine Lichter tue. Hier schießt einer schallgedämmt. Hinter uns irgendwo. Bist du das, Quantum? Ne, ne, ne. Ich hab jetzt noch hinten aufgepasst. Okay. Der eine könnte hier rechts an den Baum gleich kommen, oder an den Stein, denke ich mal. Rechts von uns, auf dem Feld. 165. 165. Da laufen Spieler. Oh, die flankieren uns vor. Hinter dir, hinter dir. Hinter dir. Von dem Haus. Okay, wir werden gerade richtig gesandwiched, Leute. Ist egal. Ah, da oben im Haus drin. Ich hab den gesehen. Oben. Ist egal, wenn wir gesandwiched werden. Noch ist hier die Position okay. Kegel klaut. Hihi. Na, nix. Wuhens wieder. Typischer Satz. Von den Gegnern hab ich den Kegel gerade geklaut. Das darf man. Die sind hier in dem Haus drin, ne? In dem Garagenhaus, glaube ich. Ja, ich seh einen. Und eben richtig viele Spieler. 165. Hab einen oben im Garagenhaus gehittet. Wir können den mal vielleicht rushen. Wie viele sind denn da noch? Da sind bestimmt viele drin, du. Viele, viele. Und auf 105 am Baum. Ist einer. Dieser einzelne Baum, der da auf dem Fleck steht. Ist einer hinter. Ein kleiner oder wie? Ne, dieser grüne Baum. Von mir aus halt 100. Ach so, der. Der außerhalb. Ja, ich seh den, ich seh den. Der guckt da. Oh, 65 läuft noch was. Hab den gekillt. Hast du ihn? Ja, der ist tot. Nordosten, 30 läuft sonst. 30 läuft auch was. Oh, wir sind hier richtig eingekesselt, Leute. Ja, wir müssen die Leute aus dem Haus stürmen, ne? Uns bleibt keine Wahl, ey. Sonst sind die gleich hinter uns. Ich muss mich erstmal rein. Warte, ich renne rein. Habt ihr Granaten? Trefft eine Granate? Ja, ich hab eine Granate. Ich werfe auch eine rein. Granate ist drin. Die können auch durch die Dingens kommen, ne? Über den Balkon springen, also. Sagt mal Bescheid dann. Sind welche auf dem Balkon, glaube ich? Geale Granate. Warum ist die abgeprallt? Oh mein Gott, hinter mir war einer. Hab einen ausgenockt hier oben. Der kam hinten raus, oder was? Ich komm mal zu dir, wenn gern. Ich muss nicht rein. Noch einer ausgenockt. Pass auf, Garage. Garage und Dach, oder? Weiß ich nicht. Nee. Oh, na, sehr gut. Wo sind die denn die anderen? Gibt, glaube ich, nichts gezogen. Ah, hier ist einer, warte. Alle tot. Wir müssen weg. Zone kommt, Zone kommt. Hast du den hier unten gelootet, Quantum? Ja, der hat den Scheißdrick. Ich bin nicht drüber gekommen, scheiße. Easy wie der zweiten Squad gerusht. Dritten. Dritten schon. Nee, ich mein so quasi Solo, lol. Ach so. Links von uns. Am Stein, am Stein, am Stein. Fuck, ich bin im Arsch. Oh, der hat auf meine Pfanne nur geschossen. Ich hab keine Heilung, nix. Holy Macaroni. Sind immer noch alle am Stein. Hm, muss mich mal aufhören. Wenn ich mich hier wegbewege, bin ich tot. Ich hab die Pfanne gerettet wieder. Ich hab nicht mal Bandagen. Scheiße. Ich hab ein paar Bandagen. Hast du gar keine Heilung, Quantum? Nee, ich hab nix mehr. Ich hab gerade der Designer-Fest-Aid-Kit verbracht. Mehr hatte ich mehr. Ich hab auch nur noch Bandagen. Oh, hier ist einer neben mir. Tot. Am Stein. Die Gegner am Stein sind, glaube ich, nach hinten weg. Wir können, oder ich kann auf jeden Fall hier weg. Ich hab hier vorne gerade einen gekillt. Mal gucken, ob der noch First-Aid für ein Quantum hat. Kommst du hier hin, Quantum? Oder so, schaffst du das? Ich muss kirchen, wenn. Ich kann dir Deckungsfall geben. Also, kannst ruhig laufen. Vier First-Aids. Ich hab den Stein im Weg. Hast du, hast du genommen jetzt, oder? Ja, ja, hab ich. Kann ich dir geben. Dann versuche ich zu laufen. Wenn nicht, ist es bloß. Da sind auch Spieler noch 345. Also, Vorsicht. Hier, ich glaub, dir zwei hier. Brauchst du da noch einen Boost? Ich hab ja noch Boost gefunden. Ja. Hier. Ein First-Aid würde ich gerne haben. Hast du noch? Wie viel hast du denn? Ich hab nichts mehr. Außer Bandagen noch. Vor uns, Spieler. Hier. Droppe ich. Hinter dir. Vor uns sind Spieler genau, ne? Hab ich. Ja, die kommen, die kommen Richtung, die kommen zu uns, ey. Zwei Leute vor mir. Scheiße. Ihr werdet mich im Visier. Der ist ausgenockt. Ich kann euch leider nicht helfen gerade, Leute. Ich muss mich direkt wieder heilen. Sorry. Der ist ausgenockt. Reino. Noch einer rechts. Zwei waren rechts. Ja. Der ist direkt vor uns. Ich bin gerade in der Heilungskanimation. Scheiße, der ist halt vor uns. Hab ihn. Ich dachte, das wärst du. Ich dachte, das wärst du. Oh shit. Warte, ich hol dich. Fuck, wie viel verlierst du? Nein, 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 nein. Warte, warte, warte. Du stirbst nicht. Guck mal, du verlierst doch voll wenig. Warte, ganz kurz. Fuck, Mann. Wieso waren die auf einmal hinter uns? Die waren an der Straße. Die sind über die Straße gekommen. So. Und ich dachte jetzt, das wär der Quantum. Ich hab den ungefähr eine Sekunde lang angeguckt. Und nichts gemacht. Ich war gerade in der First Aid-Ding und konnte nicht mehr canceln. Und dann kam das Gas. Oh Gott, ey, das ist aber irgendwie ein geiler Kreis so, ey. Was, überhaupt nicht? Nee. Ist keine Deckung. Ja, aber es sieht schön aus hier. Das mein ich. Also einer war unten an dem roten Haus dran. Jemand muss doch bei dem Stein hier sein, oder? 300. Also auf jeden Fall eine SKS. Zone, Quantum. Du musst langsam mitkommen. Warte mal, da müssen vor mir auf jeden Fall. Leg dich am besten hin, Quantum. Moment, Moment. Wir könnten hier links auf diese Fläche gehen, vielleicht. Ja. Da sind aber noch die Spieler vom Stein vorhin, ne? Ja. In dem Haus. Oh, ich sehe einen hinter dem roten Haus bei einem Baum. Wir pushen links, Quantum. Ja, einer läuft über den Sumpf rüber. Warte, hier vorne liegt einer, oder? Tot? Nee. Einer ausgenockt. Der ist tot, der ist tot. Habt noch einer ausgenockt? Schön. Der ist hinten im Baum vor mir. Nein, ist das nur noch einer, ne? Eins, zwei, drei, vier, ne, zwei. Hä? Drei sind's? Ja, aber einer ist ja ausgenockt. Achso. Ah ja. Hast recht. Warte, ich wirf mal ein paar Nades, ey. Ich hab doch so viele. Ich wirf mal ein paar Nades einfach. Ich geh wohin. Du brauchst es bei Quantum? Oh, vor mir direkt. Genau vor mir, wo ich hinchaue. Ich hoffe, meine Nade tutet nicht dich. Ich pushen ein bisschen runter. Ja, ich sehe den. Er ist weiter links von mir. Ah, du hast den noch. Hab ihn gekillt. Okay, nur noch. Der war direkt tot. Es ist nur noch ein einzelner. Bei mir unten. Bei mir unten. Einer, noch zwei Spoo. Noch zwei. Hä, das ist der falsche. Noch zwei. Am Stein, unten, am Stein. Unten am Fluss. Es ist nur noch einer. Nur noch einer. Unten, in dem Gras. Genau da, wo ich hinschaue. Der liegt einfach nur. Wo? Äh, Nordwesten. Genau an dem Stein. Genau der. Ja, genau der. Der ist sauber. Uh. Zwölf Kills, Baby. Nice, Sir. Nice. Was eine Squadrunde. Holy shit. Ja, da hat der Benjad mal wieder ein bisschen gecarried. Aber hey, Quantum, lass mir ihn mal, ne? Ich hätte auf 13 kommen können, wenn ich den Ohnmächtigen noch vorher getötet hätte. Aber ich wollte mal nicht so kirchgeil sein, weil ich Schiss hatte, dann sterbe ich. Das wäre schlimm. Ich habe den nicht mal gesehen. Also ich wusste nicht mal, ob ich treffe, ne? Es kam einfach kein Blut. Irgendwie. Massaker. Geben Sie wieder an mit Ihren Phytoscopes? Nein, ich habe alles mit der UMP gemacht, seit wir in der Top 20 waren. Ja, UMP ist ganz schön krass, ey. Ja, UMP ist richtig geil im Nahkampf. Ich liebe das Ding.